Mann, das zweite TheBlock verkackt, Bulldorff. So hart von ihm. Sein erstes TheBlock fand ich richtig geil. Aber ich muss echt sagen, das zweite war wirklich schlecht. Es gibt es eine Stelle, die wir haben. Ihr merkt, hier von der Truhekripte bekommt man jetzt 30 Horns. Danke, mal endlich. Weil sonst kriegt man richtig Pupst von Metz, womit man dann nichts anfangen kann. Man kann ja nichts anfangen. Wand hin gebohrt, Treppe hin gebohrt und dann stehst du als Patrick sitzen. Ich kann nicht bauen. Und dann sehe ich auf, was ist wieder die grausomme warf es wieder dort so eine schlimme warf die erraten die war ach man, die ist wieder da diese ultraschlimme Waffe die ist wieder da, nein diese ultraschlimme Waffe ist wieder da nein, das ist doch nicht dein Ernst diese schlimme Waffe das ist so eine schlimme Waffe kann die jetzt aber nicht benutzen die war zwar richtig stark sie haben sie wieder reingepackt ist genau immer noch gleich stark bei mir hat man gesehen dass sie sehr viel ausgeliehen sind das hier reingekommen wurde ist halt gut, weil viele schon sich sehr gut taktisch bewegen können zu der Waffe also die können die können nicht so leicht davon getroffen werden ist schön und schwer weil viele so was kämpfen also das kommt jetzt gerne also das kommt jetzt gerne die sind 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 sie die sind die der name ist ein bisschen kleiner geworden von vielen waffen und von vielen wachen auch wieder größer die machen ja kein schaden oh mein gott umg ich hab das überlebt umg ich hab die versicherung gebracht ich wusste das ist der rock plunger halt das hier hat mich nicht one hittet aber das war so kloß oder das war so kloß das war so kloß jetzt haben wir auch sachen ab und krieg mal viel viel mehr metz sehr gut das heißt es gibt es leute mit mehr metz ich brauch auch mal metz ich krieg meistens keine metz mehr weil ich keine zeit alter nicht jetzt für farm habe die und zwei mal fast draufgegangen ja wenn man halt fünfundsiebzig leben hat da geht man ja drauf ich hab mich fast mit dem marken schon gebraucht aber eigentlich nennt man rock durch halt panzer faust also ich nenne ihn nicht ich nenne das aber immer rock durch aber eigentlich als panzer faust ja aber natürlich im ford wird es auch rocket launcher genannt sind ein paar leute die panzer faust aber das ist hier bei ford nicht der richtige name das heißt rocket launcher nicht die panzer faust aber wieso kann man dazu sagen das sagen was du willst du dieser woche kann ja niemand bemerken ich nenne das rock launcher andere nennen das panzer faust andere nennen das scheiß waffe also pfff du kannst dir eine waffe nennen so wie du willst du kannst dir nicht panzer faust nennen sondern kacker faust ist doch egal ich hab nur deckel damit ein bisschen naja mal böne nur mal töne ich komm dagegen ich komm da nicht an boah als ob hier noch so viel loot ist aber die kleine maschinenpistole ist wieder drin ihr kennt sie vielleicht warte das ist die waffe mit der ich leute wie weiß aber ist schon fair dass sie wieder reinkommen weil viele wirklich 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 viele können das ausweichen ich kann das aufweichen viele andere können das ausweichen deswegen finde ich das wär das hier reinkommen aber die grüne hey Panzerfaust weglegen Minis weglegen Bignes weglegen keine Ahnung die Minis weg ich meinte Bignes weg ich hier hier oh alter das macht keinen Schaden aber du kriegst ah das macht zwar keinen Schaden aber du kriegst schwindelkalt also ähm dein ganzer Bildschirm wird ähm voller Schneeflop ah ja aber das ist das das ist doch nicht nötig das ist doch nicht nötig du kriegst ja keinen Schaden ey du was bringt das die Granate du kriegst ja keinen Schaden ne wozu gibt es sie du kriegst ja keinen Schaden du kriegst nur ähm Eisfüße und dein ganzer Bildschirm ist voller Schneeflocken mehr nicht mehr wirklich nicht mach diese Granate also pfff interessiert mich diese Granate nein die ist komplett erschrocken haltet uuuh 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 klippte Bruder eine Sekunde später wäre er abgehauen Digga das sah so sick aus das sah so sick aus Bruder das sah so sick aus ouuuh uuuh was hab ich diesem Spieler grad getan snuoh uuuh uuh 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 Moment, springe ich auf ihn drauf und gebe ihm 85er. Nee. Einfach nicht. Das habe ich gerade nicht gemacht. Das habe ich gerade nicht gemacht. Das sah auch wirklich krank aus. Der Schuss. Das sah auch wirklich krass aus. Im letzten Moment wäre er auf dem Jumping gefroren. Ich wollte bevor er da noch abhaut auf ihn draufspringen und einen Schuss vielleicht geben. Und habe das auch geschafft. Von 101 Meter wurde jemanden auf den Berg gesnabt. Das habe ich gerade gesehen. Der Palasse war direkt oben. Er делает er zusch alt. Der ciel pacte und zwe дан. about 1 Set wills. Da ist das wirklich krank. Und dollars auf Brühe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020